Willkommen Leute zu einem neuen Video. Die Achtelrunden sind endlich alle fertig. Ja, es gab einige Probleme. Einige haben nicht abgegeben. Einige haben sich nicht gemeldet, andere haben aufgegeben. Und ja, jetzt sind endlich alle Runden da. Ich habe die letzten beiden Runden, die halt irgendwie halbwegs da sind, habe ich jetzt gerade noch hochgeladen. Und ja, ihr seht ja schon den Turnierbaum für das Viertel. Als nächstes treten an. Curry AP gegen Yassim 0111 im Viertelfinale. Backuser gegen Mr. Kakashi 65. Unicorn Batman bzw. Nachzurest gegen Der Keks bzw. Xavier. Und Doggy 43 gegen Custom Play. So, ja, das wollte ich nicht mal gesagt haben. Ihr habt jetzt wieder eine Woche Zeit. Bis nächsten Sonntagabend mir die Runden zu schicken. Es kamen jetzt auch zwei, drei Runden erst irgendwie unter der Woche. Aber versucht einfach die Runden bis zum Sonntag zu haben, damit ich genug Zeit habe, sie über die... Woche zu kommentieren mit dem User. Mit dem coolen User. Ja, auf jeden Fall. Das wäre es auch schon gewesen bei Fragen. Fragt ruhig die Kontakte Welt. Ihr bekommen. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi Leute, euer Naru. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gee,only. Tschüssi apologize los. gates multi-tempt. I Dogs Mirror. I Sem asc Z happinesskah war. Und zwar pat naturally.